Was willst du denn? Hi Sehr, sehr stark geschmiert Warum ist jetzt der Antrimente auf? Lecker Koffein, Acid und Salz Ist es? Komm her So Leute, herzlich willkommen zurück bei Help Wanted 2 Wir haben hier das letzte Mal was auch immer gemacht Super Staff Only haben wir hier gemacht Cold Storage Und dann haben wir Fasskate zweimal gespielt Oder Feather Blast Und heute würde ich sagen, gehen wir mal in die Daycare Arts and Crafts Das sieht cool aus Ich denke mal, dass wir gegen Sun Hi Wie geil Wir haben Paint Wo ist unser Pinsel? Wir brauchen Pinsel, oder? Ich weiß nicht, was ich tun soll Ach so Mach weg, nein, mach hin Ich will sehen Ah, oder? Ja Was machst du? Und da, ich glaube, das ist fertig, ja Ist es? Rot Jetzt brauchen wir Orange 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 Blue 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 Mach du Scheiße Fertig, oder? Ich glaube, es ist fertig Ja Okay Okay Eine Artistic License Haben wir dafür bekommen Alter Frag mich, wie ich das geschafft habe Aber irgendwie auch nicht Weil ich einfach der Profi bin auch Okay, hi Hi, bro What do you want? Okay Roxy Dorthin Dann Freddy Freddy Braun Das hier? Dorthin? Oh nein Dorthin Warte Dort willst du nix hin So Dann Tu das weg Dann brauche ich hier die Mütze von Moon Warte mal kurz Och ja Hör auf Glitcht Dort Wohin? Dahin Perfekt Dann brauchst du Einen Freshen Schnurrbart Okay Warte mal Das war doch hier Chica schon, oder? Jawohl Dann kriegst du hier Monty Weiß Auf die Wangen hier Dann kriegst du hier Chica Ans Auge Dann kriegst du hier Moon Gehst du ans andere Auge Perfekt Dann brauchen wir die Moon Mütze There we go Dann brauchst du Diesen Schnurrbart hier Ja Du siehst Absolute Amazing Absolut Amazing Siehst du einfach aus Also Du brauchst Das hier auf den Lippen Dann kriegst du Das hier auf die Wange Moon hier auf das eine Auge DJ Music Man auf das andere Auge Auf sick angelehnt Dann kriegst du hier die Brillen Dann kriegst du Diese Ohrringe hier Auf sick angelehnt Auf krass Und dann kriegst du hier diesen Spart Sieht sehr krass aus an dir Muss ich schon sagen Oh nein Das wollte ich nicht Dann kriegst du hier noch die Joker Chain Und dann Sind wir Done Die Sicht So awesome aus Ja Komm her Ich würde sagen Wir probieren mal First Aid Peak Patch Aber Welcome to First Aid Warum so viele Items What the fuck What the heck Parental Neglect Und jetzt Scannen Ich muss den scannen Hiermit Ja Fieber 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 Thermometer Wo ist das Fieber Thermometer Das da Da Ein Sticker Oder was Was ist denn das Ich glaube es ist eins von diesen Flaschen Aber ich weiß ja nicht welche Oder Candy Ist das Candy Ja Eat Ich kann es selber Ah Shut up Ja okay Happy Frogs Was willst du denn Ach das hier glaube ich Ja Gut und jetzt müssen wir das mit so einem sauber machen hier Ach bis es wirklich ganz sauber ist oder was Hab ich doch Ist doch jetzt oder nicht Warum sollte ich das aber machen wollen Ja ist es doch jetzt fertig oder nicht Ja die Hände Was ist denn aber jetzt Hallo Hallo Warum ist der Wendt jetzt offen Oder muss ich dir das noch irgendwo hinstecken Stopp Hi Ich hab sehr sehr stark geschmärzt Scenario Warum ist jetzt der Antrimente offen Shut up Was ist das Ja Oh Alter das Spiel leckt über Yay Oh Gott Alter Das war ein bisschen terrifying Muss ich sagen Bitte kriege ich einen Helpy-Stator Bitte Was will ich denn damit Ein Spiel würde ich sagen machen wir noch FizzyFass Excuse me Was ist das Oh wir sind hier In dem Bereich Ich finde das aber geil Dass man im Pizzaflex ist Ich finde das so geil Hi Signforum Worker's Waiver Form By signing this waiver You are agreeing to join the Fastback Entertainment Leadership Team You will refrain from having opinions or complaints Ich hab nicht ges- New job Ah Was soll ich denn machen Ich kann nichts drücken Oder Instruction Ich weiß nicht wie ich das platziere Hier thrown Ja Das geht nicht Hä Place Ich kann den hier nicht placen Ach so Och Junge Ist doch nicht dein Ernst Caffeine Acid Acid Okay Acid Acid Sugar Caffeine Caffeine Ja das gehört sich wirklich alles wie Super gesunde Drinks und so an Sugar Caffeine Caffeine Die wollen alle nur Caffeine Und so was ist das da Salz Mh lecker Koffein Acid Und Salz Caffeine 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 Oh, okay. Oh, Alter. Diese Kackdinger schauen mich auch nicht direkt an immer. Ist das Ding. Wow, ich hab hundert... Oh, Profi. Ich hab das Gefühl, dass dieses Spiel hier einfacher in VR ist. Oh Gott, jetzt sind alle Löcher aktiv. Ach du Scheiße. Es sind wahrscheinlich noch mehrere. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Oh, Hilfe. Okay. Geschafft. 176 von... 120. Heilige Kacke. Ach du Scheiße. Bitte gib mir was Gutes. Gib mir was Schönes. Ja, okay. Nehme ich. I guess. Warum Bonkebon-Poster? Was will ich damit? Gut, okay. Ja. Egal. Hängt das hier jetzt wenigstens an der Wand? Nein. Tut es nicht. DJ Music Time. Beginner. Oh, wow. Das müssen wir spielen. Oh, wow. Was ist das? DJ Music Man. Ich liebe DJ Music Man. Wow. Oh, er steht da. Er steht da. Ich sehe ihn. Okay, Start. Oh, hi, brother. Oh Gott. Du siehst awesome aus. Holy shit. Grüße. Bitte was? Äh, okay. Da war glaube ich nix. Oh. Äh, ich, äh, ich war, war. Okay. Das kriege ich hin. Dann brauchen wir das. Dann brauchen wir das. Und dann brauchen wir das. Hä? Das war richtig, oder? Ah, okay. Ja, es war richtig. Okay, okay, okay. Check, 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 check. Was war das? Dann war's. Das wieder. Und dann war's Freddy. Warum? Warum macht der es immer so, dass es aussieht, als ob es nicht richtig war? Es war aber richtig, bro. Ja. Ja. Das war so, oder? Das war, das war so, oder? Das war, das war. Ja. Let's go. Ja. Äh. Oh, ja, ja, ja. Ich will. Kriege ich DJ Music Man? Ja, let's go. Den will ich platzieren. Den will ich platzieren. Also, ich frage mich jetzt, was passiert, wenn ich den putze. Okay, ja, ja, ja. Das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt sehen. Ah, okay. Hi, bro. Du siehst gut. Du siehst nice aus. Ja, nice. Ja, also, Leute, wenn das euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ähm. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.